Ich habe mit meinem Ende, Beginn meines 18. Lebensjahres meine Berufung bekommen und war davon sehr, sehr überrascht. Es war eine sehr, sehr tiefe Erfahrung auch, wo vorher so etwas wie ein Verliebtsein eben jetzt in Gott, auch in das Gebet entstanden ist. Und diese Erfahrung war für mich sehr, sehr überraschend und war so wie das Gefühl, aus einem Flugzeug zu steigen, weil meine ganzen Lebenspläne jetzt eben anders waren und weil ich durchaus auch verliebt gewesen bin und auch weiß, was das mit einem jetzt eben macht. Aber mir wurde das auch geschenkt, dass dieses Verliebtsein dann plötzlich bei Gott da war. Ich habe das als eine sehr große Ehre und Gnade auch von Anfang an empfunden, dass Gott mich als Priester will und so weiter. Zölibatäres Leben ist dann möglich, wenn die Beziehung, die Gott von der Natur her jetzt eben uns zugedacht hat, dass wir die in einer erfüllenden Weise jetzt eben mit jemand leben, der selbst wieder bereit ist, sein Leben mit mir zu teilen. Das ist etwas, das Gott in die Natur gelegt hat. Deshalb ist der Ruf zur Ehe in jeden Menschen Grund gelegt. Also wir sind in dieser Verschiedenheit als Mann und Frau geschaffen, weil Gott das gewollt hat. Also die Gender-Ideologie können wir nur widersprechen. Also Gott hat echt eine Idee in dieser Verschiedenheit, auch wenn es dann in der Ehe gerade diese Verschiedenheit, die die Attraktion am Anfang macht, dann auch zur Herausforderung und auch zum Kreuz werden kann. Weil man muss den Partner immer neu erobern. Und wenn das, was hier jetzt eben in der Natur zwischen Mann und Frau zugedacht war von Gott, gelebt wird in einer höheren Form in der Beziehung jetzt eben zu Gott oder man muss konkreter sagen zu Jesus Christus. Also gerufen in die Nachfolge werden wir nicht von einem göttlichen Abstraktum, wie das andere zölibatär lebende Religionsvertreter jetzt eben haben. Wir haben ja zölibat auch im Buddhismus und in der östlichen Religiosität hoch geschätzt übrigens auch jeder, der eben hier dauernd den Zölibat kritisiert, schätzt den Dalai Lama, der auch jetzt eben diese Form eines weisheitlichen, wie soll ich sagen, verbunden sein mit dem Ganzen jetzt eben lebt in seiner Form des tibetischen Buddhismus. Und ja, also es geht nur, wenn man die Beziehung eben jetzt mit Jesus Christus dauernd lebt. Und man braucht noch was dazu. Das ist ganz wichtig. Man braucht auch gute Freunde und Freundschaften auf einer natürlichen Ebene. Das ist ganz wichtig. Mein Abt Maximilian in Heiligenkreuz sagt immer, wir Mönche sind keine Hunger, leider. Aber dieses Wort stimmt natürlich nur dann, wenn ich selbst mich um diese Beziehungspflege jetzt eben mit Jesus Christus bemühe. Deshalb beten wir Priester ja das Brevier jeden Tag und feiern die Heilige Messe jeden Tag. Und dann eben, du brauchst aber auch im natürlichen Bereich Menschen, die dich abstützen, die deine Richtung jetzt eben haben. Von der Sexualität her ist es spannend, weil Sexualität kann auch dort, wo Ehe und Familie da ist, nie glatt gelebt werden. Da gibt es immer eine Gebrochenheit. Das traue ich mir einfach sozusagen als Beichtvater von vielen vor ihrer Heirat, nach ihrer Heirat und so weiter. Also wer sagen kann, ich lebe die Sexualität jetzt eben glatt. Ja, ich habe nicht mehr die Versuchung der Augen oder die Lust des Leibes und so weiter. Also da würde ich sagen, wenn der sowas sagt, dann hat er gelogen. Also das ist ein Bereich, wo wir unsere Fragilität jetzt eben sehr stark auch merken und selbstverständlich auch der Priester eben jetzt in dieser Lebensform. Aber eben das, was viel schwerer ist. Deshalb sind so wie solche Zölibatsverstöße, die dann bloß auf der Ebene der Sexualität sind. Also dort, wo man sich wirklich verliebt hat und wo dann plötzlich jemand abhebt, weil er plötzlich das Gefühl hat, wow, die ist so toll. Und jeder weiß ja, was beim Verliebtsein emotional. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und dann natürlich auch etwas, was ich jetzt im Alter sehr stark merke, wo man nicht daran denkt, ich wollte immer Kinder haben. Also mit 17 und so, ich habe Kinder immer sehr gern gehabt. Und das fehlt einem schon auch. Wir werden zwar Pater genannt, wir Ordensleute im deutschen Sprachraum. Übrigens in allen anderen Sprachen wird jeder Priester, Vater oder Pär oder AP jetzt eben genannt oder Padre, nur im Deutschen nicht. Das sind nur Beordensleute, Pater und das heißt Vater, weil eigentlich der Priester eine andere Form von Fruchtbarkeit lebt. Und die vielen Stellen, wo die Kirche jetzt immer wieder den Zölibat in der Neuzeit bekräftigt hat. Und es tut mir immer weh, dass man das in den Zölibatsdiskussionen jetzt eben weglässt. Gerade am zweiten Vatikanum gibt es mehrere Stellen dazu, wo gesagt wird, der Zölibat ist deshalb auch sinnvoll, weil er jetzt eben eine geistliche Fruchtbarkeit beinhaltet. Eine geistliche Fruchtbarkeit. Die kann ich natürlich nicht erklären. Also die kann ich natürlich nicht erklären. Aber ich sehe das überall dort, wo Priester, wo Ordensfrauen, Ordensmänner sich jetzt eben bemühen, diese Hingabe an Jesus Christus zu erleben, dass dort eine Form der missionarischen Fruchtbarkeit einfach entsteht, dass die jetzt eben, wie soll ich sagen, eine Ausstrahlung entwickelt, die über sie dann eben jetzt zu Christus die Menschen hinführt. Das scheint mir ganz wichtig. Und auch eben allen, deshalb wäre es so wichtig übrigens auch, dass man für uns Priester betet und uns nicht da an den Zölibat ausreden möchte. Und dass man auch nicht Mitleidsgefühle, dass es schwer ist, ich glaube, das ist ganz klar, aber mit bloßen Mitleidsgefühlen und bloßen so platten Sachen, lass das doch heiraten. Also ist weder uns noch der Kirche insgesamt gedient, weil eben der Zölibat eine Quelle der Fruchtbarkeit ist, sondern einfach auch wirklich auch beten, dass wir, dass wir diese Lebensform auch so gut wie möglich jetzt eben so wenig sündfrei wirken, wie möglich jetzt eben leben können. Und weil wir sind ja in gewisser Weise auch für euch, für die Laien ein Gottesbeweis. Also ich bin, für mich ist meine Berufung ja einer der größten Gottesbeweise, weil ich bin jetzt eben schon 30 Jahre nach meinem 18. Geburtstag und 40 Jahre bin ich schon nach meinem 18. Geburtstag, wo mir meine Berufung eben passiert ist. Und ich muss sagen, es geht und ich habe ein sehr erfülltes Leben, auf das ich zurückschauen darf, wo mich Gott verwendet hat und wo er gerade auch, gerade auch wenn es oft schwer war, eine Fruchtbarkeit gegeben hat. Das möchte ich euch auch ausdrücklich jetzt eben bitten und das auch wertzuschätzen. Eine Kirche, die bloß ein Religionsbewältigungs- oder Religionsverkündigungsbüro wäre, das wäre nicht eben die Kirche, die Jesus Christus am Seeufer von Galiläa intendiert hat, als er eben jetzt arbeitende Männer weggerufen hat von ihren Boten, von ihren Netzen und von ihren Familien. Amen.